wo ist er denn ich weiß gar nicht wohin hingeschmissen hat das ist jetzt halt nicht so schön wahrscheinlich ist er hier irgendwo und ich sehe ihn wieder nicht da ist was sind das hier ach schachtelhalm kann ich hier auch rein machen glaube ich ja kackt da immerhin der dinger noch mehr schachtelhalme und schlangenwurzel wie kann ich alle hier rein schmeißen eigentlich und farbstoffe draus machen es ist ja relativ nützlich ach und ich brauche noch stöcke jede menge genau das hier klein machen und dann kommt blumenpulver raus jetzt muss ich mal schauen ob ich damit ein rechtsklick machen kann oder ob das nicht funktioniert da unten ist ein skelett direkt bei meinen schafen bzw die gehören ja nicht mir aber das skelett will auf die fresse ich versuche zu erzwingen dass das skelett die spinne abschießt aber das geht natürlich wieder nicht so war hier nicht irgendwo ein creeper oder so was und was mit dir wo ist denn das ach so ach das ist wegen dem da kommen ein hund kann mit warum schießt du mein hund ab was bei dir kaputt so das ding ist verliebt und das ding hier wird auch verliebt sein nähe wird er nicht scheiße was mit dir kommt dann wieder so ein graues raus naja so und warum laufen die schafe da hinten eigentlich weg das hätte jetzt nicht sein müssen ach und ich habe vergiftung jetzt natürlich durch diese explosion man das ist doch toll dann stopf ich das loch mal weil was man kaputt macht muss man ja wieder ersetzen sollten sich manche leute vielleicht auch mal vornehmen kann ich denn aber nicht auch mir irgendwie so eine art seil kraften ihr wisst ihr hier seil irgendwie und mit dem seil wie heißt denn das das ist die dinge anbinde ist alleine heißt es kann ich das kraften überhaupt muss ich die nicht im stall einsperren weißt du vielleicht sogar lieber aber ich weiß nicht ob ich schleim bälle habe ich glaube nicht also habe ich bestimmt aber jetzt halt nicht da irgendwo vielleicht in diesem mob dings oder hier drin da habe ich noch ein paar schleimchen ding ist ja ich habe die ja ach ich habe ja schleim ich brauche nur fäden und die fäden sind aber mensch jetzt reicht es mir aber die fäden sind komm ich mach mal die pflanzen hier zu farbstoff weil für was anderes kann ich die ja jetzt nicht wirklich gebrauchen bäden habe ich nicht mehr das ist ja geil doch habe ich 15 stück dann machen wir mal ein paar leinen ach du heilige scheiße wie konnte das denn nur passieren das problem ist dass schleim bälle weniger wert sind als wolle und deshalb kommt jetzt noch mehr wolle raus als eigentlich nötig also noch mehr schleim raus als eigentlich nötig ist ja gut das ist auch wieder zu viel kannst du nicht irgendwie was weiß ich mach irgendwas anderes aber nicht so viel Eisen bräuchte ich mach mal Eisenbarren das ist doch plausibel so jetzt brauche ich natürlich Zäune die kann man ja glaube ich nur an Zäune ranbinden dann nehme ich einfach mal die hier die hier sowieso zu viel sind und binde die da einfach mal alle drin aber am besten weg von den Skeletten hier irgendwo hier hin oder so was mit dir ah der folgt mir dann auch das ist ja geil gut ihm bleibt ja nichts anderes übrig die armen Viecher man das ist ja übel so ihr zwei kommt auch mit das kleine Schaf läuft dir sowieso hinterher was kann ich da keine drei hin machen doch geht also ich muss sagen ich habe diese Leine noch nie im Überlebensmodus verwendet das klingt absolut krank aber es ist halt so was habe ich denn jetzt gemacht was geht denn jetzt ab ach das ist das kleine Schaf ja das sieht ziemlich brutal aus tatsächlich wenn die da so an der Leine hängen jetzt will ich aber mal schauen ob ich nicht nicht auch einfach das Ding nehmen kann bist du fruchtbar ja bist du und du da hinten du bist auch fruchtbar aber du willst nicht herkommen nein hört auf ihr müsst euch paaren das wäre ja sonst verschwendung und dagegen bin ich allergisch hat nochmal geklappt so jetzt habe ich die zwei nehme ich das gleich mit oder kann ich das irgendwie die aha das geht wo ist denn das vierte das schwarze das schwarze Schaf oder grau oder was das ist so wir haben ja da gar keinen Platz eigentlich ne aber das ist ja okay ich share die jetzt mal am besten sonst wäre es ja unnötig was ich hier eigentlich gerade mache und dann habe ich hoffentlich mal blaue Wolle ich brauche ja zwei weiße Schafe und ich brauche dann noch zwei blaue Schafe dass ich die blauen aufrechterhalten kann das ist ganz wichtig weil sonst äh können die sich ja nicht vermehren also farbtechnisch ne und äh jetzt muss ich mal schauen hier kann ich gar nichts mehr rein machen weil das hier alles voll ist das ist scheiß Dreck ich brauche das hier dazu brauche ich die Schere die ich immer noch da drin habe glaube ich ja da ist sie und jetzt gehe ich mal da runter und share die Schafe die blaue Wolle so da gibt es jetzt irgendwo so einen Block der die Dinger füttert aber dann kreuzen die sich ja wie gestört ich will ja eigentlich nur die blauen äh vermehren beziehungsweise ich will eigentlich alle vermehren das klingt immer so böse aber die blauen untereinander und die äh könnte man eigentlich alle bunt machen dann die Schafe mache ich das folgendermaßen ich warte mal noch bis die äh restlichen zwei das stimmt doch was nicht oder da fehlen doch Schafe oder bin ich jetzt dumm sind die schon so weit gelaufen oder was nee da ist noch ein Schaf warum ist das denn nicht da wo es hingehört es gehört in die Natur ja das ist richtig aber das schwarze Schaf natürlich wieder komm mal mit ach da liegt noch eine Leine ganz toll das ist echt hier quälerei was ich hier mache sag ich ganz ehrlich aber was soll's muss jetzt gucken dass das weiße Schaf ähm irgendwie erwachsen wird dann äh können die sich auch wieder vermehren sag ich mal aber ich weiß halt nicht welches Schaf jetzt weiß ist und ich brauche ja zwei weiße beziehungsweise eigentlich brauche ich keine zwei weißen aber ich hätte gern zwei weiße Schafe jetzt kann ich die Hundekacke nicht aufheben ach du scheiße so viel Wolle warum Bogen warum ich muss mal mehr essen aber ich kann nicht mehr essen ich will eigentlich nur blaue Wolle haben und gelbe vielleicht dann auch noch dafür nehme ich gern gelber Farbstoff denn davon habe ich ja so viel und dann müsste die ach du scheiße 100 Volt heißt das ja 12 das ist ja natürlich sehr viel toll das ist echt super muss jetzt mal ein paar Sachen aufräumen die ich nicht mehr brauche ähm jetzt habe ich gerade ein Brain Lag des Todes ich brauche noch Stöcke und hier noch ein paar und dann kann ich die ja gleich einrahmen Continuum dann klicken wir klicken die eine aus